Hi, ich bin's Katrin von den Carsterbond und ich bin hier gerade in Server's Paradise und heute hier sehen wir Felicias. Damit wird man in die Höhe katapultiert und ich glaube, es wird so viel Spaß machen. Hi, ich bin's Katrin von den Carsterbond und ich bin gerade durchkatapultiert worden mit dem Slingshot. Das war echt cool. Der beste Moment ist, wenn man in der Gerade ganz oben ankommt und dann wieder runterfällt. Und es hat echt so viel Spaß gemacht. Also wenn ihr hier seid, müsst ihr das unbedingt ausprobieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017